In einem überragenden Fußballspiel für den neutralen Betrachter in der Champions League musste sich Galatasaray letztendlich dann doch mit 1 zu 3 geschlagen geben gegen den FC Bayern München und in dieser Taktikanalyse zeige ich warum Galat zum einen so gut war, Bayern zum anderen so schlecht war und warum sie dann aber dennoch gewonnen haben. Ein zentraler Bestandteil des Spiels war natürlich das hohe Pressing von Galatasaray, womit sie dann eben den Bayern-Aufbau zugestellt haben. Die haben es oft recht tief aufgebaut mit 6 Spielern in einem 4-2-Aufbau wie wir hier sehen und das Ganze wurde eben Mann gegen Mann zugestellt. Dadurch und weil die Bayern die 6er recht tief positioniert haben und die Angriffsreihe mit den 4 Offensiven recht hoch gab es hier wie wir hier sehen ein großes Loch zwischen Abwehr und Mittelfeldreihe das die Bayern so aber selten belaufen haben. Wir kommen später noch so ein bisschen dazu aber auch tiefer im Mittelfeldpressing wie wir jetzt hier sehen in einem 4-4-2 ist Galatasaray ebenfalls Mann gegen Mann aufgestellt. Das Ganze konnten sie auch recht gut spiegeln weil die Bayern halt eben grundsätzlich unter Tuchel meistens in einem 4-4-2 spielen. Wie halt hier eben auch zu sehen ist Kane und Musiala oft auf einer Höhe die dann eben beide Innenverteidiger jeweils hier binden aber auch die Flügelspieler binden hier die Außenverteidiger. Hier sehen wir auch das Ganze war wirklich sehr energisch also das war keinerzeit ein passives Pressing. Der Ball kommt hier in dem Fall zu Leimer der wird direkt angegangen von Ayhan der den Ball zurückerobert. Also man ist immer direkt drauf gegangen. Ich habe hier auch noch ein Beispiel in dem Fall lässt sich Musiala erst ein bisschen fallen er hält dann den Ball und Davinson Sanchez der ihm halt eben dauerhaft zugeteilt ist durch den Mannbezug presst direkt drauf holt sich den Ball zurück und so war dann eben Galatasaray zurück im Ballbesitz. Das Ganze war aber auch offensiv der Fall also wenn die Bayern Innenverteidiger den Ball hatten dann sind auch die vorderen Anläufer da direkt drauf gegangen und generell hatte Bayern so eigentlich keine Ballkontrolle und das erklärt auch die 58% Ballbesitz von Gala in der ersten Halbzeit einfach weil Bayern so selten Ballbesitzphasen hatte weder tief noch hoch aber auch Gala selbst mit dem Ball was anzufangen wusste und Bayern nicht allzu hoch gepresst hat aber dazu kommen wir später noch denn zunächst ist so ein bisschen aus dem Nichts das 1 zu 0 für die Bayern gefallen und da haben sie eben einmal genau das gut gemacht was sie den Rest der ersten Halbzeit beziehungsweise auch den Großteil des Spiels schlecht gemacht haben und zwar ist es hier eben Musiala der genau dieses von mir vorhin beschriebene Loch beläuft da war auch so ein bisschen die Zuordnung nicht klar also in dem Mannbezug von Gala der Linksverteidiger muss ja eigentlich an Command sein auch auf der anderen Seite mit Kane und Sané passt es nicht so ganz aber auf jeden Fall spielt dann eben Matthijs De Ligt den linienbrechenden Pass auf Musiala der entgegenkommt generell muss man sagen Kim und De Ligt sind zwar recht spielstreich aber jetzt nicht die allerspielstärksten Innenverteidiger die es gibt da hätte den Bayern ein Upamecano auf jeden Fall nochmal deutlich geholfen war leider verletzt so hat man sich ein bisschen schwer getan zum einen aufgrund der Passgeber aber auch aufgrund der Passempfänger die selten die optimalen Läufe gemacht haben in dem Fall macht es Musiala gut zieht dann eben den linken Innenverteidiger mit Badakci mit sich raus dreht dann mit dem Ball auf während halt die komplette restliche Mannschaft von Gala fast überspielt wurde wir gehen einen Schritt weiter und dann sehen wir das ist eigentlich eine 4 gegen 4 Situation je nachdem wie man das sieht beziehungsweise wie schnell man das ausspielt Musiala legt raus auf Sané im nächsten Schritt spielt dann Sané den Ball quer zu Coman in dem Fall ist es dann eben der Fehler von Karatash der da raus rückt und den Ball direkt abgrätschen will bekommen die nicht er hätte da eigentlich stehen bleiben müssen hätte Coman stellen können so war es dann ein leichtes für Coman den Ball einzuschieben und Bayern ging dann halt eben durch eine Umschaltsituation in Führung nach dem hohen Pressing von Gala aber wirklich angekündigt hatte sich das nicht und auch im weiteren Verlauf sollte dann Gala die spielbestimmende Mannschaft bleiben wir bleiben mal mit dem Fokus auf dem jungen Linksverteidiger Karatash der jetzt hier den Fehler gemacht hat war vielleicht ein bisschen zu übermotiviert aber ansonsten hatte er eigentlich ein gutes Spiel hat ja anstelle von Angelinho gespielt und er hat glaube ich vor allem deswegen gespielt weil er gute lange Einwürfe gebracht hat in dem Fall habe ich jetzt ein Beispiel und da ist es dann eben so dass die Innenverteidiger von Gala mit vorne sind Bayern gewinnen dann aber den Ball und schaut euch einfach mal das an also das ist wirklich eine katastrophale Restverteidigung egal wie mutig du da am Anfang spielst so kannst du eigentlich nicht auftreten Coman bringt in dem Fall den Ball nicht an Kane warum auch immer aber das wäre auf jeden Fall eine riesen Chance gewesen und man könnte ja jetzt sagen okay das war vielleicht nur bei den Standards so aber nein auch aus dem Spiel heraus ist dieser extreme Mannbezug halt einfach sehr riskant Schalke Fans können da ein Lied von singen wir sehen es hier nämlich auch aus dem Spiel heraus wieder alle mit einem Mann zugestellt Masraui spielt dann aber den guten Ball auf Kane und der leitet dann eben weiter in die Tiefe auf Coman der dann durch ist wie wir beim nächsten Bild sehen und das zeigt einfach wie riskant dieses Pressing von Gala war da war so viel Platz hinter der hochpositionierten Abwehrkette den man in die Tiefe hätte bespielen können was die Bayern aber halt viel zu selten geschafft haben weil sie kaum spielerische Lösungen gefunden haben gegen das Pressing bei dem Tor und in dem Fall haben sie es mal geschafft aber ich habe es jetzt hier auch markiert direkt zwei Spieler die Coman attackieren und dann eben den Ball gewinnen und das zeigt einfach den Kampfgeist und die Einstellung hat auf jeden Fall gestimmt von den Spielern und so konnte man sich auch recht lange im Spiel halten beziehungsweise nicht nur das man war definitiv die bessere Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit also die Expected Goals sprechen da eine klare Sprache da muss man eigentlich zwei Tore mindestens machen während die Bayern halt kaum Chancen hatten das Tor vielleicht aber ansonsten war das viel zu wenig und das bringt uns dazu wie man zu Chancen kam und einerseits natürlich durch Ballgewinne durch das Pressing da war man natürlich stark drin mit der Herangehensweise alles andere wäre auch ein Wunder gewesen und so gab es hier eben den Ballgewinn von Karatas gegen Coman im Aufbau der Bayern der Ball kommt dann zu Torera der den knapp am Tor vorbeisetzt aber wir haben auch hier den Ballgewinn von ich glaube Torera gegen Kimmich kurz vor der Halbzeit der dann rüberlegt zu Ikadi und der dann auch nochmal die Chance vergibt nachdem er aber zuvor schon per Elfmeter getroffen hatte aber ganz ehrlich der hat am Ende einen Expected Goals Wert also nur er selbst von 1,86 also da muss er eigentlich noch ein weiteres Tor aus dem Spiel heraus machen wenn man jetzt mal vom Elfmeter absieht aber gut es sollte am Ende nicht sein und ich will Gala hier gar nicht auf die Chancen nach Ballgewinnen beschränken denn auch aus dem Spiel heraus hat man es wirklich gut gemacht also auch im eigenen Ballbesitz wie vorhin angesprochen Bayern ist nicht allzu hoch angelaufen hier sehen wir mal eine Aufbausequenz und zwar stand Bayern im 4-2-3-1 wie sie auch nominell gespielt haben Gala hingegen hat es im Aufbau wirklich gut gemacht während Bayern ja im 4-4-2 es den Gegnern recht leicht gemacht hat sie zuzustellen und man sie einfach spiegeln konnte hat Gala da wirklich Spieler gut verschoben sodass man die Bayern so ein bisschen auseinandergezogen hat in dem Fall ist es ein 2-3-5 klar sieht noch nicht ganz so aus aber umso höher man den Ball hat ist es dann doch eher ein 2-3-5 und zwar war es so Kahn Eihahn hat ja nominell 6er neben Torreira gespielt den wir hier im Zentrum sehen der ist aber oft rechts raus an die Seitenlinie hat ja auch hier den Ball wodurch dann eben der Rechtsverteidiger Bowie weiter vorschieben konnte und das war eben ein kluger Schachzug wir sehen es nämlich hier Leimer steht bei Bowie und nicht im Zentrum obwohl er eigentlich 6er neben Kimmich ist und so hat man dann vor allem Leimer oft aus dem Zentrum herausgezogen konnte dann sich so durchs Zentrum durchspielen oder wie zunächst im Spiel da war es so dass Leimer oft noch zentral geblieben ist und dann hat man die rechte Seite halt extrem überladen wir sehen es jetzt hier in der fünften Minute das Beispiel hier sieht man das 2-3-5 echt gut und da ist es halt eben so rechts hat man Eihahn und Bowie TT ist eingerückt und die Bayern wollen es halt defensiv nicht Mann gegen Mann verteidigen deswegen läuft vorne auch mit K nur ein Spieler die beiden Innenverteidiger an aber so konnte sich Gala oft über die Außen befreien und hat es halt zunächst immer über die rechte Seite probiert da hatte man dann eben 3 Spieler mit Eihahn, mit Bowie und mit TT in dem Fall wenn wir jetzt mal eine spezielle Chance betrachten da ist es TT der antribbelt und generell ist es hier eine 2 gegen 1 Überzahl gegen Davies der legt dann raus auf Bowie wir sehen Leimer ist hier zu weit weg da müsste der eigentlich drauf schieben und dann ist es Bowie der in den Rückraum auf Akte Kolu legt und der dann eben auf Ulreich abschließt der kann aber parieren aber da war dann eben Leimer weg im 6er Raum und dementsprechend kam Akte Koglu zur freien Schussbahn und generell war das wirklich ein gutes Muster so kam Gala oft zu Chancen wirklich über die Außen kombiniert dann in den Rückraum gelegt so hat man ja auch den Elfmeter rausgeholt und das war wirklich sehr gelungen generell hat sich Akte Koglu sehr gut im Rückraum bewegt war da oft links aber auch rechts hat die Seiten überladen war da als 10er wirklich sehr gut und hilfreich und wir haben auch hier noch eine Chance da bildet sich wieder das Dreieck aus TT, Ayhan und Bowie Ayhan steckt durch auf Bowie Davies kommt nicht hinterher und der legt dann eben quer in dem Fall war es Ulreich der dran ist bisschen unsicher dann haut ihn Akte Koglu eigentlich bei einem freien Tor drüber aber das war auch wieder sehr gut herausgespielt und damit möchte ich einfach nochmal unterstreichen dass Gala nicht nur dank dem Pressing zu Chancen kam sondern auch mit dem Ballbesitz von dem sie ja zunächst sogar sehr viel hatten zu guten Chancen kamen diese dann aber nicht genutzt haben und genau das hat sich dann letztendlich auch gerecht wie es dann natürlich kommen muss wenn man seine Chancen nicht nutzt und das war dann halt auch dem geschuldet dass man durch das Pressing mehr oder weniger platt war das war natürlich extrem intensiv man hat seine Chancen dadurch bekommen man hat sie nicht genutzt wenn man sie genutzt hätte dann hätte man eine Führung gehabt mit vielleicht ein paar Toren dann wäre das Gegentor letztendlich nicht so schmerzhaft gewesen oder man wäre dann halt eben durch die Führung so motiviert dass man nochmal extra Kräfte gehabt hätte so ist es jetzt aber bei einem Unentschieden gewesen 73. Minute Command sehen wir hier zu viel Abstand vom Gegenspieler leitet weiter auf Masrawi der eingestartet ist da ist dann wieder zu viel Abstand der Gegner schiebt nicht drauf der liegt weiter auf Musiala im Halbraum Musiala hat dann auch wieder zu viel Platz zu viel Zeit legt rüber auf Kane ob Absicht oder nicht letztendlich ist das dann auch ein bisschen glücklich mit dem geplockten Abschluss der dann wieder zu Kane kommt den er dann rein macht aber war dann halt eben folgerichtig weil die Abstände nicht mehr gestimmt haben Gala hat es nicht mehr hinbekommen einen Druck auf die Gegner auszuüben und so kam es dann halt eben letztendlich auch noch zum 3 zu 1 für die Bayern und zum verdienten Sieg kann man nicht sagen letztendlich hat den Bayern ihre individuelle Klasse geholfen dass sie den Sieg dann letztendlich doch noch geholt haben auch vom Matchplan her war das von Bayern viel zu wenig von den Spielern auch viel zu wenig haben das schlecht ausgespielt ich muss sagen Lob an Galataserei hohes Risiko gegangen mit dem Pressing aber auch im Ballbesitz wirklich mutige Ideen gehabt und so hätte man eigentlich den Sieg verdient gehabt aber gut so ist es letztendlich gegen so eine Topmannschaft das auf jeden Fall soweit meine Analyse zum Spiel was sagt ihr zu dem Ganzen stimmt der mehr zu ist euch noch was anderes aufgefallen schreibt es gerne in die Kommentare falls euch das Video gefallen hat lasst mir gerne ein Like oder Abo da falls ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal haut rein und ciao